Hey Leute, ich bin Gavinos und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich spiele heute nach eineinhalb Jahren mal wieder Raketenliga. Der Sound ist im Video teilweise ein wenig am Rauschen, dafür entschuldige ich mich. Ich bin ein kompletter Noob und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bist du ready? Ich nehm den Kick-Off. Deiner? Wo bist du denn? Bist du mit zum Kick-Off gefahren, Digga? Ähm. Das war's mit meinem Rang. Oha. Gevin, go. Die hat dich gezweifelt. Oh, schlecht. Kriegst du? Yo. GG. Danke, Max. Du bist gut. Alles gut. Achtung, Achtung, Achtung. Ne, krieg ich nicht. Ich hoffe so. Ich hab angetäuscht, hast du gesehen? Okay, gut. Die haben wir nicht. Gut gehittet. Ich geh tanken. Oh, Gevin! Gevin, go. Gevin, go. Gevin, go. Sorry, ich wusste nicht. Darf ich denn mit dir reden? Sorry, ich wusste nicht. Bro. Meine. Gevin, go. Ey, Gevin, hat-trick. Call me hat-trick-star. Oh, schön. Gevin, auf einmal wieder go. Digga! Nie was Positives zu dir gesagt, dummer Wichse. Ah, ich bin zu schlecht. Huffa, da machen die den nicht. Alles gut. Gevin! Sorry. Ich will nicht die ganze Zeit im Weg stehen, Mann. Ich steh mit, aber ich kann dir nicht sagen, ob ich den Ball reinkriegen würde, wenn er kommt. Nein, kann ich nicht. Achtung! Ah, okay. Unnötig. Ja, alles gut, ich hab unter Kontrolle. Guck, ich hab da und jetzt machen die Tor. Alles unter Kontrolle, würde ich sagen. Ich hab auch noch den Kick aus, was ist das denn? Ja, ja, komm, komm. Nein. Breath. Nein. Was? Jawohl. Hoch. Ja, wenn du das machst, dann gut. Let's go, Max. Go, go, du bist es. Er ist hier unten gewonnen. Push, aber er hat nur noch 34 Energie. Ich hab ihn nur ins Mittelfeld. Er hat die Merk-Taktik gemacht, er ist dick um, steht im Weg um. Ich schieße nach vorne. Ich hab keinen Boost, aber er kommt richtig gut mittig, glaube ich, wenn die ihn nicht holen. Let's go. Wie können die denn so trash sein, hä? Macht Platz für einen richtigen Rocket League-Spieler. Oh Gott, der kann auf einmal das Spiel, oder was? Digga, was ist das denn? Ich weiß nicht, ob ich ihn so... Wir haben nie gesehen, dass jemand so doll den Ball berührt hat, holy shit. Ja, Max, das... Oh. Das war nicht gut von dir. Ich glaube, die haben uns nur so Vorsprung vorgegeben. Ich versuche ins Mittelfeld zu schießen. Okay, ich hab ihn nicht getroffen. Nice. Ah, Max, hättest du ihn nicht, äh... Digga, er hat mich reingekippt. Achso, ja, okay. Ich hol Boost, okay, ich hol keinen Boost. Hab weggeschafft. Sehr schön. Ja, Gavin, mach rein. Nein! Digga, was machst du denn? Ich... Du hättest legit nur Doppishpun zur Seite machen müssen. Oh mein Gott, hab ich ihn gefickt. GG. Guck dir dieses Tor an. GG. GG. Vielleicht hatten die einfach einen Scheiß, ähm, Dings. Für dich, Gavin? Nein. Mann. Stark. Ganz kurz, Gavin, wenn ich an der Seite bin... Ja. ...und den halt Richtung Mitte kicke, wäre es sehr praktisch, wenn du halt in der Mitte bleibst und den halt reinschießen könntest, wenn er gut kommt. So etwa. So wie jetzt. Ja. Bloß, dass ich ihn nicht direkt Mitte geschossen habe, aber ne? Gavin! Oha, Goat. Boah, der geht sogar. Nein, der geht nicht. Doch, der. Oh, das wär so uncool gewesen, der hätt's nicht geklappt. Mein Tor! Nein, du Wichser! Oh Gott, geht der? Oh. Oh, Max, ich liebe dich. Junge. Wie zum Fick hab ich den gesaved? Ich hab den fast reingemacht und hab den nochmal gesaved, Alter. Ja. Ich will nur jetzt die Kommunika... Ich will die Kommunik... Du weißt schon, was ich meine. Kommunikation, Bro. Ja, ich weiß das doch. Hab paradiert. Schön. Paradiert vor allem. Ah! Alles gut, die machen alle eine. Okay, dankeschön. Die sind besser als wir. Die können besser in ihr Tor schießen, als wir. Oh, scheiße, ich hab den richtig weggekackt. Danke, Bro, wenn wir jetzt... Ja, ich bin absolut im Tor hängen geblieben jetzt, sehr cool. Ja. Bro, kick den Ball, aber kick nicht mich... Oh, scheiße, sorry. Den hätt ich verhindern können. Kriegst du... Oh, ne? Mann, Digga. Okay, sein Mate hat uns befreit. Mein Tor... Du Wichser! Oh Gott, Digga, der war gar nicht direkt an der Wand. Was ist los mit uns? Oh, Digga! Dreh mich doch nicht! Das war das, Alter. Ja, meine Güte. Mann, 1 von 4. Also, ich bin eher stolz darauf, dass wir nicht 4 von 4 verloren haben. Sehr schön. Oh Gott, er hat mich geblockt. Schön. Nice. Ja, das ist... Nee, krieg ich auch nicht mehr. Sorry, ich hätte ihn verteidigen können. Oh. Fottenlaste. Was? Hä? Oh, wie unlucky. Max, guck, wie kurz ich unter dem Ball war. Max. Oh. Oh mein Gott. Das war ein sehr schönes Tor. Das war ein sehr schönes Tor. No lustig. Oh, was legge. Shelley. Oh. Oh. Das war ein putting. Oh. Oh.